Wie ist der Streichung im siebten Rennen? Ja, ich glaube auch, wenn er funktioniert, dass er in den Trab geht, dann könnte er von der Bühne dabei sein. Aber Welser hat er gezeigt, er kann ein ziemlich ungutes Pferd sein. Ja, aber ich glaube, auf der großen Bahn ist es besser. Ist sicherlich vorteilhaft, das größere Geläufe, die 1000 Meter Bahn auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Auftakt dann in die Pomo Premium Races, Start in die super Finish-Wette gilt natürlich blind date, unser deutscher Gast als Kandidat. Aber die Laria Venos diesmal mit besserer Nummer kann, muss nicht ein Vorteil sein. Sie hat da oft einmal Fehler hinterm Auto auch gezeigt. Aber generell Ausgangslage doch deutlich besser als zuletzt. Ausgangslage besser, ja. Sie ist natürlich nicht die beste Beginnerin. Jetzt sind mittlerweile drei Nichtstarter und es macht die Sache natürlich etwas einfacher. Ich werde von Hause aus nicht die beste Position haben, aber acht Pferde sind natürlich besser als elf Pferde. Und sie hat einen guten Schlussbiet und letztens hatte ich halt die Tode gespielt.